Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 21. März. Heute dabei Telegram, Google, nochmal Google, Amazon, N26, Sonos, Wunderlist und Instagram. Beginnen tun wir mit Telegram. Das ist ja ein sehr sicherer Messenger, durchaus beliebt. Und ja, da wird es jetzt einen kleinen Dämpfer geben, denn er ist zwar immer noch verschlüsselt, aber er wurde jetzt dazu verdonnert von einem russischen Berufungsgericht, seinen Schlüssel dem russischen Geheimdienst zu übergeben, damit dieser entsprechend die Nachrichten lesen kann, wenn Verdacht besteht. Der Streit ist schon etwas länger vor Gericht und tja, jetzt ist nun ein finales Urteil gefallen. Gleichzeitig gibt es noch 14.000 Dollar Strafe. Das ist wahrscheinlich nicht so wild für Telegram. Ansonsten, dass der Schlüssel jetzt beim Geheimdienst liegt. Wie gesagt, das dürfte einen Dämpfer geben bei den Nutzern und mal sehen, wie es da weitergeht. Ganz anderes Thema. Google, die haben in Manhattan, also New York, das Chelsea Market Building jetzt für 2,4 Milliarden US-Dollar gekauft. Das ist praktisch ein gesamter Häuserblock in einer sehr hippen Gegend in Manhattan. Und Google hatte da schon diverse Mitarbeiter hinverpflanzt von ihrem Headquarter, was woanders in Manhattan liegt. Und jetzt gehört ihnen der ganze Block. Der Preis ist wahrscheinlich sogar angemessen. Wie gesagt, das ist ein sehr hippes Viertel. Gleichzeitig ist in dem Gebäude unter anderem auch Major League Baseball untergebracht. Und wahrscheinlich wird Google sich dann einfach noch breiter machen und das Ding auch mit seinen Mitarbeitern gut bevölkern. Hat übrigens auch einen ganz tollen Food Court, den ich auch sehr empfehlen kann. Und wenn wir schon beim Thema Google sind. Heute hat der Chief Business Officer Philipp Schindler eine groß angelegte News-Initiative angekündigt, in die Google 300 Millionen US-Dollar über die nächsten drei Jahre reinstecken will. Damit möchte Google unter anderem Qualitätsjournalismus fördern und auch Business-Modelle unterstützen und generell Newsrooms von Zeitschriften und TV-Sendern entsprechend unterstützen mit ihren Tools und ihrer Technologie. Da spielt vieles rein und es ist wirklich ganz viel, was die da auf dem Plan haben. Und hier empfehle ich euch wieder mal unsere Shownotes. Da ist ein Link zum Artikel bei TechCrunch in Englisch, der sehr ausführlich ist. Und wer sich generell für News interessiert und was Google da plant, der sollte sich das mal durchlesen. Und bleiben wir doch nochmal bei Google bzw. bei dem Mutterkonzern. Das ist ja Alphabet. Und Alphabet, die wurden jetzt in der Market-Kapitalisierung, also im Firmenwert von Amazon überholt gerade. Gerade heißt bei der Aufnahme und der Stock-Market ist ja noch unterwegs in Amerika. Das heißt, wenn ihr es morgens hört, kann es vielleicht so wieder nicht so sein. Aber es ist eine ganz, ganz knappe Kiste. Amazon hat Stand jetzt 763,27 Milliarden in der Market-Kapitalisierung, wohingegen Alphabet nur 762,98 Milliarden hat. Also wirklich knappe Kiste. Und damit ist es der, also Amazon derzeit der zweitgrößte Firmenwert, der existiert. Google bzw. Alphabet ist damit der dritte. Und der erste ist, keine Überraschung, immer noch Apple. Und da ist noch ein langer Weg hin. Die sind mit 892 Milliarden derzeit bewertet. Ja, langer Weg, langer Weg. Den hat nämlich auch N26, die, nennen wir sie mal Direktbank, die Internetbank, die durchaus auch schon ein paar Dämpfer hatte und sich mit ein paar Nutzern auch verscherzt hat. Die ist trotz allem immer noch sehr populär, hat mittlerweile über 850.000 Kunden und bekommt nun in einer Series C Finanzierung 160 Millionen von Tencent und Allianz. Also der Versicherer aus Deutschland, Allianz, investiert über seinen Investmentarm Allianz X. Und Tencent, den kennen bestimmt auch schon einige. Das ist die Firma hinter WeChat und WeBank und TenPay. Denn WeChat wird ja in China auch sehr aktiv zum Bezahlen benutzt. Das macht da auch richtig logisch Sinn für mich. Und die haben damit natürlich auch hier in Europa dann auch einen Fuß in der Tür. Also sinnige Sache. Allianz, ja, Fintech, Inchotech, das macht auch für mich Sinn. Und mal gucken, was N26 jetzt mit der Kohle macht. Die wollen auf jeden Fall noch mehr Gas geben und wollen bestimmt auch irgendwann an die Börse. Das wurde auch schon ein paar Mal verkündet, also nicht großartig angekündigt, aber schon, dass der Plan langfristig so ausschaut. Ja, halten wir ein Auge drauf. N26 taucht bestimmt noch öfters mal in der Daily oder im großen Geek Talk auf. Was auch regelmäßig auftaucht bei uns ist Sonos. Ich selber bin ja auch großer Sonos Nutzer. Und jetzt ist Audible wieder bei Sonos verfügbar. Audible, das ist der Hörbuchdienst von Amazon, ein Abo-Modell, wo man halt für 9,95 Euro, wie bei vielen anderen Diensten auch, fast 10 Euro, runde Summe, sich ohne Ende Hörbücher anhören kann. Und, oder nee, stimmt gar nicht wohl, ohne Ende kann man die gar nicht anhören, sondern das ist dann immer irgendwie ein oder drei Bücher pro Monat und man kann die sammeln. Naja, also ihr merkt schon, Hörbücher ist jetzt nicht unbedingt mein Riesending. Aber wenn ihr Audible-Fans seid, dann könnt ihr das jetzt ganz einfach in Sonos als Musikdienst hinzufügen. Vielleicht seid ihr auch Fan von Wunderlist. Das ist ja ein Listen-Tool, was sehr populär ist und war, in Anführungsstrichen. Wurde von Microsoft gekauft und es wurde bekannt gegeben, vor, glaube ich, knapp einem Jahr, dass Wunderlist eingestellt werden soll und durch To-Do ersetzt wird. Ja, der Cachy vom Stadtbremerhaven.de-Blog, der ist Wunderlist-Nutzer der ersten Stunde und hat jetzt mal via Twitter bei einem der Gründer nachgefragt. Und dabei kam raus, Microsoft plante ungefähr ein Jahr noch, Wunderlist laufen zu lassen und dann durch To-Do komplett zu ersetzen. Es gab halt kein finales Datum, sondern es wurde nur gesagt, Wunderlist wird eingestellt. Tja, und jetzt lassen sie es erstmal weiterlaufen, denn To-Do ist immer noch eine relativ große Baustelle. Da fehlen viele Features. Von daher können sich Wunderlist-Nutzer noch freuen. Aber irgendwann wird das Ende kommen. Aber hoffentlich ist dann To-Do in der Lage, die ganzen Features auch abzubilden, die die Nutzer von Wunderlist so mögen. Und das letzte Thema für heute ist, Instagram Shopping ist jetzt auch in Deutschland verfügbar und nutzbar. Also man kann nun shoppen in Instagram. Dazu muss man ein Instagram-Business-Profil haben. Das muss mit einem Facebook-Shop oder einem Produktkatalog verknüpft sein. Und dann kann man auch direkt in Instagram bis zu fünf Produkte in einem Beitrag verknüpfen und direkt innerhalb Instagram in dem eigenen Browser direkt verkaufen. Tja, schöne Sache. Da haben bestimmt viele Unternehmen drauf gewartet. Ob wir Nutzer das so wollen oder brauchen, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber so können Unternehmen aktiver werden. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch jetzt in Australien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Italien und Spanien. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Finde ich spannend. Habe ein paar Ideen für Kunden. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, denn die News ist die News. Die habt ihr jetzt. Und damit ist die Folge für heute auch im Kasten. Ich wünsche euch einen guten Start zur Mitte der Woche in den Arbeitstag oder Schultag. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ich bedanke mich nochmal über diesen Weg auch nachträglich bei Martin für zwei Tage Vertretung. Die mussten einfach sein. Und morgen, ja, da kommt der Geek Talk Daily wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher, aus Wien. Wo ich mich auch mit dem Jan, dem Dritten im Bunde vom Geek Talk, treffe. So, aber jetzt wirklich genug geschwatzt. War ja eine lange Folge, einiges an News. Wir hören uns morgen wieder, hoffe ich doch, oder? Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.